Wenn man mich fragt, was in den letzten Jahren sich so wesentliches geändert hat in der deutschen Amtsszene, dann sage ich den Journalisten immer gerne, es gibt uns jetzt wieder, und zwar nicht nur in Berlin, sondern in jedem verdammten kleinen Drecksnest gibt es mittlerweile Leute, die sich für die Legalisierung von Cannabis stark machen. Und da gibt es größere und kleinere Drecksnester, und insbesondere im dunkleren Teil der Republik ist diese Arbeit besonders anstrengend. Wir werden dann ganz am Ende der Veranstaltung die Katharina vom Hanftag in München noch zu Wort kommen lassen, aber auch im ach so freien Freistaat Sachsen ist längst noch nicht alles Hanf, was grün ist. Deshalb einen dicken Applaus für Stefan Hacker-Fichte vom KMN in Dresden. Danke, Stefan. Ja, also mein Name ist Stefan, wie er schon gesagt hat, Hacker-Fichte aus Dresden. Ich bin 25 Jahre alt, selber berufstätig für ein recht normales Leben, bin allerdings seit meinem 18. Lebensjahr in Epilepsie erkrankt, und die macht mir wirklich schwer zu schaffen. Seit inzwischen zwei Jahren versuche ich fast Cannabis zu bekommen, weil das wirklich das Einzige ist, was mir hilft. Andere Medikamente schlagen meistens ins Gegenteil um, anstatt zu helfen. Aber der Kampf ist in Deutschland wirklich extrem schwer. Das heißt, mein aktueller Stand der Dinge ist, ich werde von Arzt zu Arzt gereicht, muss unterschiedlichste Medikamente ausprobieren, nichts hilft, ich werde noch kränker, als ich so schon war. Das ist leider so momentan in Deutschland. Aber nun zu dem, was wir bisher in Dresden geschafft haben. Also noch vor wenigen Jahren, muss man sagen, waren wir Sachsen wirklich nur einfache Besucher, wie ihr alle heute hier auf der Hanfparade. Und haben dadurch auch mitbekommen, dass es noch mehr als die Hanfparade in Deutschland gibt. Zum Beispiel den Global Marihuana March und die Dampfparade in Köln. So kam natürlich auch der Wille auf, selber aktiv zu werden, besonders im Bereich Sachsen. So, dadurch war es an der Zeit, den ersten Global Marihuana March in Dresden zu veranstalten, welcher für uns mit ca. 400 Besuchern wirklich ein Riesenerfolg war. Nicht zuletzt auch deswegen, da die Presse der großen sächsischen Zeitung wirklich extrem positive Artikel über uns geschrieben hat. Und das hat schon was zu heißen. Zudem ließ dann auch der nächste Erfolg nicht auf sich warten. Die Dresdner Piratenpartei plant jetzt für die Dresdner Neustadt ein Cannabis Social Club. Nicht auch, ebenfalls auch im Blauen, der zweiten sächsischen Global Marihuana March statt dieses Jahr, sind nach dem Mini Global Marihuana March auch Pläne für ein Cannabis Social Club. Das heißt, es tut sich was. Also, um es mal zusammenfassend zu sagen, noch vor wenigen Jahren war Sachsen wirklich ein weißer Fleck auf der Landkarte der Legalisierung. Aber inzwischen haben wir wirklich viel erreicht in unseren Augen und es geht noch weiter. Denn inzwischen sind die Sachsen fester Bestandteil der Legalisierungsszene. Und ich sage ganz ehrlich, das könnt ihr alle auch. Jeder von euch kann das. Ganz einfach geht es. Schaut euch einfach in dem DHV-Forum im Internet den Link vor Ort an. Dort werdet ihr Aktivisten in eurer Nähe finden. Informiert euch über Veranstaltungen, die in eurer unmittelbaren Umgebung sind. Geht hin, unterstützt und kämpft. Anders wird es nie. Findet ihr keine Veranstaltung in eurer Nähe, dann macht selber welche. Wenn es kein Global Marihuana March ist, dann macht Infostände. Klärt die Leute auf. Denn nur so werden auch die Politiker hoffentlich langsam begreifen, dass wir nicht nur eine kleine Gruppe sind, sondern dass das öffentliche Interesse an der Legalisierung von Cannabis wesentlich größer ist, als sie da oben es sich immer einreden wollen. Für mehr Infos über uns Sachsen könnt ihr natürlich jederzeit auf Facebook gibt es die DHV Sachsen Gruppe, wo ihr euch gerne mit einklinken könnt, wenn ihr jetzt nicht gerade aus Berlin kommt, sondern die Sachsen etwas unterstützen wollt. Es gibt die Seite gmm-dresden.de. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, sich schlau zu machen. Deswegen die Bitte an alle, beziehungsweise ist es schon fast eine Aufforderung, werdet aktiv, tut was, dass sich definitiv endlich mal was ändert. Sowohl für normale Konsumenten, die einfach auf Alkohol und anderes verzichten und lieber gerne mal einen Joint rauchen, als auch für Patienten, wenn es wirklich dreckig geht durch die Pharmaindustrie und die einfach gesund und glücklich leben wollen. Dankeschön. Stefan Magda-Füste vom Gm in Dresden.